und kann meine bombe verstecken das bringt ja nichts ich nehme den mechanik und macht die türen platt macht jemand daher gut man ja genug jetzt resort auf und mit der mechanik kann das ja auch möchte kompensieren deswegen spiel ich mit pro 1 damit deine körpergröße genauso groß ist wie dein penis nein armstealer willst du nicht die bombe nehmen ich bin nicht in der nähe von der bombe ich mache aber ich mache jetzt hier fancy movement oder als ob ich schon wieder die tübe erwischt als ob hier zwei spice sind eine ist hornet oder schlecht als ob hier zwei speistet das doch ein witz das ist so einfach witz als ob das eine spa ja oder das fett agent oder wie der heißt ja weil zwei direkt und zwei fettig wenn die bombe mit einer kam gerade raus oder das trampolin ist ja mega ja aber der hornet hatte ich gesehen ach sorry ich habe schon gedacht der den falschen jetzt erschossen okay ist ganz tot ja ich weiß nicht warum wir keine leben mehr haben wenn wo wir steht der wo ist denn hier mein scheiß tresor da wo es geld gedruckt wird oben im tesor steht einer rechts in der ecke hier genau da wenn du in den tesor reingehst dann rechts um die ecke steht einer ich sehe gerade gerannt auf dem dach seite da wer hat die 46.000 schon mal hingelegt das war gut ja war ja gut und der tesor war gerade offen mit dem feuerlarm und über dir und über dir und über dir und über dir ich habe gedacht das wäre böser böser wie gesagt in den safe rein und auf der rechten seite ja das ist doch böse meinst du safe das der zivi wer mit der marco dass die maske noch auf oh danke so wie viel haben wir denn jetzt 46.000 plus 38.000 ja die drucken halt immer schön fröhlich geld außen also in dem safe oben ja da ist jetzt halt damon drin und wartet dass jemand reinkommt hier drin nein in dem safe oben ach so ach der ist schon leer ja und ja oben da wo die 8000 liegen maske auf oder mach dich wieder groß oder mach dich wieder groß ja ähm bist grad am 2 vorbei ne scheiß oh sozial marco die geld habe ich gehört ich von als auf Ende aus ges�나 me Het hier er 妍 corner oder find mich ich du wieder genau vor meinem fenster ist dein fenster marcus so ein alter alter mensch im dorf ist das nicht die mini vault da liegt 38 wo sind die denn reicht das wahrscheinlich nicht in 20 ne leuchtet nicht selbst ja um die ecke an der tür hat er checkt doch nichts das stimmt aber ich muss ich habe ja keine zeit mehr marco du deine ausreden einfach oben in die vault rein klatscher kick dann wird so viel geld liegen vor denen also ich würde das geld nicht abgeben los knuddel ihn marco die kleine volt ist erste stock von dir aus dann geradeaus links achtung oben marco beide vor dir schluss getroffen renee verbrauch bitte nicht mehr unsere leben alle danke asozial stirb du nicht einmal stimmt das wäre das battle so ich nehme insider ja da haben wir jemanden der wieder komm ich nehme den noch mal der hat mir eigentlich gefallen was möchtest du marco ich werde mir doch 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 damit du beim wiederbeleben beim wegrennen noch jemanden noch ein leben bei der dinge wegen der flashgranate einer ist wieder auf dem dach wieder hornet naja über mir Feuerwehrmann scheiße ich bin leider tot geld drucker wieder geld drucker wieder ich muss den töten sonst wäre ich tot gewesen da hat er den falschen geschossen ja Feuerwehrmann hier drucken asozial asozial ab ihn danke ich hätte ihn lieber gern selbst gehabt aber was mache ich hier oben was soll das ja da war ich auch schon das habe ich mich auch gefragt gucke renne ob jemand kommt oh der spice hinter dir daniel und schießt dich ab nein und der Feuerwehrmann kommt auch kein leben verlieren würde danke dann weg Daniel ja ich habe aber die 61.000 weggebracht ja das ist ganz gut waren beide oben irgendwo beide waren oben an dem safe oben drucken zwei drucker da habe ich das geld auch mitgenommen drei hinter vor dem vor dem markus bei ja hier sind zwei oder was mit geld drucker da wo marco steht sind zwei geld drucker meinst du ist da auch drin der ist da gerade rein links daneben ist drin aber feuerwehrmann ist hier oben auf der ebene aber kommt noch nicht spy ist gerade gespawnt jetzt kommt er wir sind hier alle zu dritt der braucht nur zu raten oder einfach zu ok ich gucke wenn jemand kommt voll oh ich kann nichts sehen ja sorry aber er auch nicht oh jetzt hat er mich geschossen weil du ihn geblendet hast der spy ist wieder in seinem in seiner vault ja komm raus und ist ja kein spy ist fett agent fetti fetti bum bum Achtung Feuerwehrmann ist draußen machst du über das Fenster draußen wo weiß ich nicht aber da ist er da ist er da war er bei dir rechts drin ja hier ist er hier ist er ich würde gerne kurz raus ich bin Daniel wieder also zeppler frei ist draußen unten oh er hat den falschen erschossen der spy meinst der fetti fetti bum bum ist nett die andere Tasche auch mit dem René Feuerwehrmann bei mir alles guckt raus sieht aber nix alles gut sieht nix der Daniel ist leider kacken aber gut gemacht immer noch hä natürlich der ist 100 Jahre ist der kacken aber sozial gute Idee ganz schlecht Daniel du lebst wieder ich weiß deine Maske du hast noch eine Maske auf Daniel ich sehs gerade und falsche Verkleidung egal scheiß drauf ja ich hab die Tür vor den Haß zu gehauen hier äh das Geld liegt da unten geklärt bitte da liegt Geld also habt ihr den safe hier unten geklärt? ja ja aber es gibt noch einen bei den Kassen glaube ich den hab ich geöffnet ja hier wir müssen jetzt eigentlich nur den Druck erklären also einmal mit der Flashbang rein dann fliegt den weg sarah net ne stimmt der spy ist doch tot ja fetti betti bum bum ja gut sarah nur noch ein Leben genau ja das ist bei mir ja das ist bei mir geh einfach geh zu Volt sie kommt grad hoch jetzt geh du nach das ist nicht der hm 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 du hast René gekehlt ja easy hm easy snack hm ja die frage die rüch ja gg das ist ja da fast hätte ich mich gekillt ja ich hab den René gekillt kein Problem.